Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 211 von Avorion. Ja, sekt doch weiter. Gucken wir gerade rein, was hier los ist. Nichts, Handelsdepot, Handelsposten, Ressourcendepot und Reparaturdock. Ein paar Kreuzer und das war's. Wir können also weiterspringen in dem Sinne. Der Thomas Steele hatte mir noch geschrieben, dass er, ja, wenn man fünf Sachen in der Forschungsstation reinpackt, vier davon eine Waffe, eins und dingens, dann kann man auch Pech haben, dass keine Waffe rauskommt, sondern was anderes, da sollte ich drauf achten halt. Er hat auch geschrieben, dass Fraktionen hier auf der Karte, gibt's welche, die halt wenige Depots haben oder Ausrüstungs-Docs. Wie wir das hier sehen, hier unten sind ganz viele und ja, hier sind wenige. Und da sind auch ein paar mehr zum Beispiel, also das ist von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Jetzt müsste man mal gucken, was ist das hier für ein? Ja, die sind lila, das bedeutet, dann sind wir noch nicht so gut mit denen gestellt. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Nach dem Intro gucken wir uns das auf jeden Fall weiter an. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, wir sind jetzt hier, was machen wir? Hier kann man aber nicht weiter runter durch, weil hier ist ja der Riss offen. Aber wir können das ja mal angucken, oder? Kippen mal ein. Achso, hier oben ist noch so ein Hammer, da kann man noch was reparieren. Da. So, jetzt ist das Schiff wieder heiler. Jetzt können wir da mal gucken, ob wir da unten durchkommen. Wir werden es gleich sehen, ob es dann durchgehen, ob es dann Weg durchgibt oder nicht. Also im Prinzip, Koordinaten in der Organisationscomputer eingeben. Laden mal auf. Gucken, was da geht oder nicht geht. Der Bereich wird zwar immer kleiner, aber hier ist offen, oder? Schauen wir mal. So, weiter. Abkühlen ist jetzt noch berechnen. Berechnet ist, kann aufladen. Schau mal. Nächster Sprung müsste doch schon um die Ecke gehen, oder? Jetzt ist hier die Linie da. Super, oder? Ist ja nett. Ist ja richtig nett, ey. Da gab es wohl Piraten, ne? Astroiden. Jetzt kann ich aber da runterfliegen. Kurz gucken, wie wir da unten wieder rauskommen. Hyperraumantrieb wird angeschmissen. Abkühlzeit weg und wir sprengen. Tja, da wird es dann auch schon größer, ne? Da waren wir schon mal. Sollen wir da nochmal hinspringen? Komm, da brauchen wir nicht hinspringen. So und fertig. Da müssen wir hin. Gucken, wer hier unten so rum siedelt. Unbekannte, versteckte Masse-Signatur. Abgekühlt ist. Jetzt geht's auf zum Sprengen. Und da sind Piraten wahrscheinlich, oder? Ist da jetzt was bitte? Und Piraten sind da auch. Wir werden schon sofort angegriffen. Ja, dann. Der ist schon Geschichte. Jetzt kommt der da dran. Okay, und Schild, ne, doch nicht. Ich dachte, der wäre schon weg, aber ist noch nicht. Na, komm schon. Okay, jetzt du. So, Schild ist gleich kaputt. Und dann geht's ans Eingemachte. Da war's. So, jetzt müssen wir nur drehen hier, weil da sind zwei rote Sachen bei. Macht vielleicht Sinn, die mitzunehmen. Da ist noch eine gelbe Sache, oder was ist das für eine Farbe? Und wo ist der? Ja, da ist er, da ist er. So, jetzt ist er dran. Gucken wir mal kurz, dass wir die Sachen hier mitnehmen. Das sind ja doch ein paar Sachen, die man da einfach kriegt. Oh, er ist schon ganz nahe. Dann nehmen wir ihn jetzt gerade mal. Geschichte. So, jetzt ist der nächste hier. Fliehen wir nicht so weit weg, sonst muss ich da wieder so hinterherjagen. So, wo ist noch einer? Da unten sind noch welche. So, der auch noch. Gehört auch der Vergangenheit an, jetzt er hier noch. Ach, da kommen wieder welche. Ja, nützt nichts, wir können also wieder wegfliegen. Das hat so keinen Sinn. Den nehmen wir noch mit und das war's dann. So, nützt nichts, wir müssen hier raus. So, nützt nichts, wir müssen hier raus. Ja, Torpedo im Anflug ist klar. So, auf die Karte und dann geht's irgendwo hin. Da hin. Und dann kommt der nächste Torpedo, aber da sind wir wahrscheinlich schon weg. ja. Auf dann. So, können wir das hier schon schneller reparieren. Aber nicht genug Material, schade. Karte gucken, da ist auch schon so ein toller Riss und da ist auch so ein toller Riss. Lass uns mal nicht den Ausführungsstock suchen, lass uns mal Forschungsstation suchen. Die ist jetzt auch nicht oder was? Hier ist gar keine oder was? Und da hinten muss ich hin für Forschungsstation. Oh, Forschungsstation tatsächlich. Okay, dann macht es ja gar keinen Sinn hier zu bleiben, dann können wir gleich da hinten hinfliegen, weil, ja. Dann können wir da auch die Ausrüstungsstock abklappern. Ich denke mal, ich mache die Sprünge dahin ohne euch und wir gucken uns das dann später an, in dem nächsten Video würde ich sagen. Ich spring da also ganz schnell hin und dann werden wir da weiter die Forschungsstation besuchen und uns angucken, wie es da weiter geht. Vielleicht noch ein paar Ausrüstungsstocks abklappern, wenn wir mehr Munition und Munition mehr Waffen brauchen. Und dann schauen wir mal, ne? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!